Moin! Die Delegi Stormhahn ist heute am Großen See und wir rüsten das Freibad auf für die kommende Saison. Es ist zwar noch arschkalt, man könnte fast denken, wir haben noch Winter, aber übermorgen ist der 1. Mai und damit fängt die Saison an. Deswegen fangen wir jetzt an, die Leinen einzuziehen, bauen die Schwimmleitern wieder an die Stege, damit die ersten Schwimmer loslegen können. Kisschenkirchen